Grüß Gott, mein Name ist Dr. Victor Dertunian. Ich bin Experte im Bereich der chirurgischen Sehfehlerkorrektur. Meine Erfahrung besteht aus über 15.000 erfolgreich durchgeführten Operationen. Durch die Anzahl der operierten Patienten ist mir bewusst, was für ein Stress und was für eine Angst der Patient haben kann vor so einem Eingriff. Meine Aufgabe ist, Sie sicher und stressfrei durch diesen Eingriff zu begleiten mit dem besten Ergebnis, damit Sie in der Zukunft brillenfrei und auch kontaktlinsenfrei weiterleben können.